Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in Themen relevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Als dritte und nächste Empfehlung dieser Reihe von guten Heizlüftern möchte ich euch wärmstens den Heizlüfter von Branson ans Herz legen. Die Wärme wird mit dem Druck auf nur eine Taste der beigefügten Fernbedienung schnell bereitgestellt. Dabei erfolgt keinerlei Geruchsbelästigung, wie man es von früheren, nicht keramikgebundenen Heizdrahtgeräten noch kennt. Die harmonische Wärmeentfaltung kann auch oszillierend genutzt werden. Das kleine Gerät ist überdies ein Designkönig und es ist immer wieder ein Genuss, den Blick darauf zu werfen. Die Raumgröße von 8 Quadratmetern erhitzt das Gerät binnen Minuten. Das Gerät speichert die gewünschte Temperatur bis zur erneuten Änderung dauerhaft. Leider kann das Gerät nicht für die Dauerbeheizung genutzt werden, weil der Ventilator stets läuft. Auch beim Erreichen der gewünschten Raumtemperatur regelt dieser lediglich die Wärmeleistung herunter und der Ventilator läuft eben kalt weiter. Für eine Badheizung und Lüftung ist dieses Prinzip aber nahezu genial. So kann ich auch nach dem Duschen eine Zeitvorgabe nutzen und das Bad ist anschließend trocken. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests.